Ja, meine sehr verehrten Damen und Herren, ich freue mich sehr, dass ich Sie hier begrüßen kann an der TU Dresden. Und ich darf Ihnen heute die Studiengänge und das Studium an der Fakultät Sprachliteratur und Kulturwissenschaft vorstellen. Mein Name ist Alexander Lasch. Ich bin, wenn man so will, Sprachwissenschaftler und aus dem Fachbereich der Germanistik, also Deutsch. Egal, ob Sie Lehramt studieren oder einen der Fachstudiengänge, das wird das sein, wo wir miteinander in Kontakt kommen. Ich darf Sie bitten, wenn Sie Fragen haben an mich, jedweder Art, also zunächst das Studium betreffend, dann wenden Sie sich bitte an mich. Und Sie können mich auch gerne jederzeit so kontaktieren, auch im Vorfeld des Studiums, auch zu Fragen, die Sie haben, möglicherweise zu anderen Studiengängen. Das ist mit einer meiner Aufgaben als Studiendekan der Fakultät. Ganz kurz zum Einstieg. Das hatte ich schon genannt. Ich würde Ihnen ganz gerne noch ein paar Adressen gleich mit auf den Weg geben. Die Präsentation ist bereits online. Das heißt, unter dem Link, unter dem Shortlink Bitly GLS Vorträge finden Sie diese PowerPoint-Präsentation mit allen Angaben, Adressen, Webseiten und so weiter. Das heißt, Sie müssen jetzt bitte auch nicht eifrig mitschreiben. Das lohnt sich sowieso nicht. Wenn Sie twittern wollen, benutzen Sie bitte die offiziellen Adressen unserer TU. Das heißt, die TU Dresden, GSW für den Bereich Geistes- und Sozialwissenschaften. Und meinen eigenen Händel habe ich auch noch darunter gesetzt. YouTube hatte ich schon erwähnt. Und das Ganze wird wahrscheinlich auch bei Spotify online gehen. Für diejenigen, die heute nicht da sein können. Wir machen sehr große, sehr gute Erfahrungen mit der Digitalisierung und der Lehre. Einen Ausschnitt sehen Sie hier. Weshalb tun wir das? Wir werden unser Studium oder Sie werden Ihr Studium in einer Zeit abschließen, in der Digitalisierung auch im Lehramt eine sehr, sehr große und prominente Rolle spielen wird. Und die Präsentation von Lehr- und Studieninhalten im Online-Segment und die Präsenz der Geistes- und Sozialwissenschaften in den Online- und in den modernen Medien wird immer stärker eine Rolle spielen, auch um den Standort Dresden nach außen zu zeigen und zu demonstrieren, was wir hier machen. Das muss ich vielleicht nicht deutlich sagen oder noch nicht mal explizieren. Wir leben in einer Zeit, in der Wissenschaft auch gern angefeindet wird für das, was sie tut. Und um zu demonstrieren, was wir tatsächlich tun und die Türen zu öffnen und unsere Arbeit transparent zu machen, müssen wir uns zeigen. Und das sind die Versuche in diese Richtung. Auf die Webseite der Fakultät möchte ich Sie hinweisen. Theudresden.de, GSW, SLK. Hier finden Sie alle Informationen, die Sie brauchen, um für die Aufnahme Ihres Studiums die Vorstellung der Studiengänge. Und dazu werde ich heute auch noch einiges sagen, sodass Sie zumindest da Anhaltspunkte und Ankerpunkte haben, um Fragen zu stellen. Ja, warum Geistes- und Sozialwissenschaften? Ich werde jetzt nicht spoilern. Die einen oder anderen von Ihnen mögen aber vielleicht das Lied von Eis und Feuer kennen, das dieser Tage bei HBO mit der achten Staffel zu Ende gegangen ist. Leider. Und hier sehen Sie einen Charakter, Samuel Tarly, der auf der ersten Faust der Menschen im Norden einen absurden Gegenstand identifizieren kann und weiß, dass es sich darum um Drachenglas handelt. Und auch wie in einer langen Tradition, Wissenstradition, die längst vergessen ist, dieses Drachenglas noch bezeichnet wird. Das, was Sie im Wesentlichen als Geistes- und Sozialwissenschaftler tun, ist, dass Sie das kulturelle Gedächtnis dieser Gesellschaft bilden. Wenn Sie so wollen, werden Sie Anteil haben an einer Tradition, die Wissen für die Gesellschaft aktualisiert, aufbereitet, weiterträgt und vor allem dann präsent macht, wenn es notwendig ist. Denn das, was Sie in den Geistes- und Sozialwissenschaften erwerben können, ist nicht nur Wissen, sondern idealerweise Organisationswissen. Das heißt, dass man darüber nachdenkt, wo oder weiß, wo welche Wissensbestände liegen, wie Sie das nutzen können, wie Sie das aufschließen. Ihr Studium wird sich dann ganz maßgeblich vollkommen von dem unterscheiden, was Sie aus der Schule kennen. Es tut mir leid, das zu sagen, aber Sie werden nur, wenn Sie viel lesen wollen, viel lesen können, das ist eine Schlüsselqualifikation für das Studium der Sprache, Literatur und Kulturwissenschaften, aber Sie werden sich auch tatsächlich sehr viel Organisationswissen aneignen, mit dem Sie spezifische Wissensbestände aufschließen können. Wichtig ist zu wissen, wo es steht, ist ein Slogan, der da tatsächlich trifft. Meine Frage an Sie, wer überlegt denn, in einen Bachelorstudiengang an der SLK zu gehen? Bachelor, ganz saghaft, ja, Lehramtsstudierende, Master, okay, gut, damit ich ungefähr weiß, wen ich adressieren muss. Und welche Fächer planen Sie? Anglistik, Germanistik, die beiden Großen? Und sonst? Anglistik und Romanistik, sehr gut. Und sonst? Romanistik und Kunstgeschichte. Ja, dann wissen Sie ungefähr, wie das Studium schon aufgebaut ist, oder geht das erstmal so pauschal in diese Richtung? Ja, werde ich was zu sagen, genau zu diesem Überschnittbereich zwischen zwei Fakultäten. Ich hoffe, wenn Sie Fragen haben, fragen Sie aber bitte direkt gleich nach. Ja, das Ganze, im Wesentlichen hatte ich das schon eingeführt, werden wir uns natürlich auch mit den Aspekten von Digitalisierung in den nächsten Jahren auseinanderzusetzen haben. Das heißt, die sogenannten Digital Humanities sind ein Bereich, der in der Fakultät SLK in den nächsten Jahren eine große Rolle spielen wird. Das Ganze aber nicht zum Selbstzweck, auch in der Lehramtsausbildung nicht, sondern Digitalisierung verstanden als die Möglichkeit, mit bestimmten Methoden zu anderen Analyseergebnissen zu kommen, die dann immer noch der Interpretation bedürfen. Also das heißt, wenn Sie zum Beispiel im Fachstudium Master oder Bachelor sich bewegen, dass Sie bestimmte Techniken erwerben und Methoden erwerben, mit denen Sie in naher Zukunft werden arbeiten können und auch in diesem Bereich beruflich sich entwickeln können. Denn darum wird es im Wesentlichen in den nächsten Jahren gehen. Sie alle kommen aus einer Kultur, in der man gelernt hat, möglichst weit die Ellenbogen auszufahren. und alles nur für sich zu nutzen. Wir wachsen jetzt aber in eine Zeit hinein, in der bestimmte Gegenstände, die Sie erarbeiten, sich von Ihnen selbst alleine nicht mehr bewältigen werden lassen. Und das heißt, Sie müssen mit anderen zusammenarbeiten. Und dieser Aspekt der Kollaboration, der Zusammenarbeit mit anderen, mit Ihren zukünftigen Kommilitonen und Kommilitonen, möglicherweise dann im beruflichen Umfeld mit Ihren Kolleginnen und Kollegen, ist notwendig, damit wir überhaupt einen Profit aus Digitalisierungsaspekten ziehen können. Diese Zusammenarbeit, die im Wesentlichen, wenn Sie aus der Schule kommen und wissen, wie da Arbeitsblätter unter Lehrerinnen und Lehrern zirkulieren, ja, das ist meine, gebe ich nicht ab, zufällig am Kopierer habe ich das gefunden und mitgenommen. Das ist eine Kultur, aus der wir rauswachsen müssen und vor allen Dingen vom Grund auf herauswachsen müssen. Es geht nicht darum, Ihnen das als Studierenden oben aufzusetzen, sondern Sie sollen in Ihrer täglichen Studienpraxis lernen, mit anderen zu kooperieren, um daraus eine gewisse Haltung zu entwickeln für Ihr späteres Berufsleben. Und das fehlt im Moment noch an den Schulen. Also wenn man sich fragt, wie machen wir Digitalisierung in den Schulen, dann gibt es eine Tablet-Klasse, werden 24 Tablets reingeworfen. Und das ist die Antwort auf unsere Probleme. Wir müssen uns Gedanken machen darum, wie wir zusammenarbeiten. Ein zweites, was wir in den nächsten Jahren massiv beobachten werden, ist eine, weiß jemand, worum das dabei geht? Von Ihnen? Okay. Den Namen Rezo haben Sie schon gehört? Ampho haben Sie auch schon gehört? Ja, nein? Schauen Sie, wenn Sie einen YouTube-Zugang haben, schauen Sie einfach mal, was darum im Moment gerade abgeht zu diesem Thema. Es ist so, dass die politisch etablierten Parteien im Moment keinen Zugang haben zu dem, was Sie alle vielleicht kennen unter der Friday-of-Future-Bewegung und einer sich im Web 2.0 etablierenden Protestkultur. Also darauf hat man in traditionellen Medien in der Regel keine gute Antwort. Und dieses Statement von 90 YouTubern, das aus dieser Auseinandersetzung zwischen Rezo und der CDU-CSU im Moment zirkuliert, dürfte einen Tag vor der Europawahl für Aufregung sorgen. Und ich bin mir noch nicht so ganz sicher, ob ich Sie daran erinnern soll, was morgen ist. Ich tue es aber trotzdem. Egal, was Sie wählen, gehen Sie bitte wählen morgen. Und damit wir möglicherweise die Chance haben, in einer freiheitlich-demokratischen Gesellschaft, in einem freiheitlich-demokratischen Europa weiterzuleben. Diese Aspekte aber, das heißt, die mediale Veränderung von Öffentlichkeit, die Entstehung neuer Kommunikationspraxen, neuer Kommunikationskulturen, ist unser Hauptgeschäft. Also nicht nur das Erinnern des längst Vergessenen, sondern auch der Versuch der Beschreibung dessen, wie Gesellschaft bestimmte Haltungen entwickelt, ausbuchstabiert verhandelt, öffentlich verhandelt. Und deswegen sind wir genauso hier bei YouTube als auch in Bibliotheken. Und wenn Sie darauf Lust haben, würde ich mich sehr freuen, versuchen Sie es nicht aus dem Blick zu verlieren. Sie alle sitzen mit Papier vor sich. Überlegen Sie ein bisschen, wie Sie an der digitalen Welt teilhaben können. So, ich weiß jetzt leider auch nicht, wie viele Veranstaltungen Sie sich schon besucht haben. Wenn ich Sie mit Zahlen und Erläuterungen zur Universität nicht weiter behelligen soll, dann signalisieren Sie mir das bitte. Vielleicht ganz kurz, die Technische Universität hat eine lange Tradition von über 150 Jahren. Wir stolpern 2028 in das 200. Jubiläum der Universität. Und sie hat sich aus einer Technischen Universität herausentwickelt, hin zu einer Volluniversität. Sie wird nicht als Volluniversität bezeichnet, sondern weiterhin in der Tradition als Technische Universität und gehört seit wenigen Jahren zu einer der Exzellenzuniversitäten Deutschlands. Das bedeutet, dass wir in Dresden eine sehr enge Verzahnung zwischen Technikwissenschaften, Ingenieurwissenschaften, Naturwissenschaften und Geisteswissenschaften haben, wie wir sie wahrscheinlich sonst an sehr wenigen Hochschulstandorten überhaupt in Deutschland kennen. Insgesamt haben wir ein bisschen was über 30.000 Studierende. Das ist ein mittleres Maß. Also es gibt natürlich sehr viel größere Universitäten, aber es ist für die Region Sachsen eine beträchtliche Zahl. Und insgesamt sind wir fast 9.000 oder ein bisschen was über 8.000 Beschäftigte. Das heißt, ein großes Unternehmen. Wichtig sind die fünf Bereiche und die 18 Fakultäten. Die zeige ich Ihnen ganz kurz. Sie sehen, die Geistes- und Sozialwissenschaften, für die ich spreche in der Fakultät SLK, steht neben den Bereichen Mathematik und Informationswissenschaften. Daneben den Ingenieurwissenschaften, Bau und Umwelt und Medizin. Und das, was wir tun, gehört in die Profillinie Kultur- und gesellschaftlicher Wandel. Da werden Sie im Wesentlichen im Studium ankommen, aufgenommen und möglicherweise selbst Forschungsaktivitäten vorantreiben können, was mich sehr freuen würde. Ganz kurz zu den Studierendenzahlen. Sie sehen, der Bereich Geistes- und Sozialwissenschaften ist mit etwas über 7.000 Studierenden sehr groß und steht neben den anderen Bereichen. Vor allen Dingen, wenn Sie sehen, Bau und Umwelt liegen wir bei 8,5, Ingenieurwissenschaften ungefähr 9,5. Nur die Medizin- und die Naturwissenschaften liegen ein wenig niedriger. Das ist ungefähr gleich verteilt an dem Standort Dresden. Wie sieht das Ganze im Bereich Geistes- und Sozialwissenschaften aus? Hier ist es so, dass wir die Fakultät SLK ist relativ klein im Vergleich zum Beispiel zur Philosophischen Fakultät und zur Juristischen Fakultät, der Fakultät der Erziehungswissenschaften geht es noch. Und wir bilden in Dresden hauptsächlich Lehramtsstudierende aus. Das heißt, dass wir diese Lehramtsstudierende, diese Gruppe, diese große Gruppe bildete, ist nicht mit in den einzelnen Fakultäten drin. Hier sind dann die einzelnen Fakultäten, bilden die Fachstudiengänge ab. Also das, was Sie studieren wollen oder werden. Ich hatte schon was zum Thema Lesen gesagt. Also das heißt, die Bereitschaft, sich irgendwie mit gedruckten Texten auseinanderzusetzen. Sie werden lernen, dass sich Ihr Lese- und Rezeptionsverhalten im Verlauf des Studiums ändert. Sie werden weniger Primärtexte zur Unterhaltung lesen. Das wird vielleicht bleiben. Aber Sie werden vor allen Dingen Texte über Literatur rezipieren. Und Sie werden sprachliche Strukturen analysieren, das Sprachsystem besser kennen können. Ich bin ein Linguist. Uns Linguisten sagt man gerne nach, wir können nichts auszählen, aber das können wir gut. Das stimmt so nicht, aber ich kann mich gut dahinter verstecken. Wenn Sie sich eher für ein literaturwissenschaftliches Studium interessieren, gilt es aber nichtsdestotrotz. Das heißt, Sie werden Literatur rezipieren und vor allen Dingen Literatur über Literatur. Und möglicherweise wird das Ihren Fokus so verschieben, dass Sie später sehr viel mehr Texte über Literatur lesen als Literatur selbst. Das muss Ihnen ein bisschen klar sein, denn das kann der Beginn sein, in die Welt der Geistes- und Sozialwissenschaften einzutauchen. Die Fakultät SLK zeige ich Ihnen hier ganz kurz. Also so, zur Fakultätsleitung gehören Christian Brunitsch, von dem ich sehr herzlich grüßen darf, also Dekan unserer Fakultät. Daneben Stefan Horlacher, Roswitha Böhm und ich teilen uns das Studiendekanat. Sie ist für Prüfungsangelegenheiten, verantwortlich ich für die Studiengangsentwicklung. Und wir haben insgesamt fünf Institute, nämlich Anglistik, Amerikanistik, Germanistik, das sind die beiden großen. Und daneben die klassische Philologie, Romanistik und Slavistik. Zur Romanistik werde ich später im Detail noch was sagen und auch zu den beiden anderen Instituten, wenn Sie daran Interesse haben. Wichtig ist, dass die Fakultät SLK sehr nah an der philosophischen Fakultät steht. Wir haben es gerade gehört, Romanistik, Kunstgeschichte wäre so ein typischer Fall, wo sich die beiden Fakultäten miteinander ergänzen. Und Sie sehen exemplarisch die Institute aus der philosophischen Fakultät, das heißt die evangelische Theologie, Geschichte, katholische Theologie, Kommunikationswissenschaft, Philosophie, Politikwissenschaft und Soziologie, die die Angebote der SLK ergänzen. Das Ziel ist, dass wir Sie, wenn Sie in Dresden studieren, dazu befähigen, in einem Fachstudium nicht nur sich eine philologische Basis, ein Basiswissen zu erarbeiten und auf dem Sie dann Literatursprach- oder Kulturwissenschaftler werden können, sondern dass wir Ihnen vor allen Dingen die Möglichkeit geben wollen, auch Auslandserfahrungen zu sammeln. Das ist ein wesentlicher Bestandteil Ihres Studiums, das heißt, um die Möglichkeit, die Anknüpfungsmöglichkeit, ins Ausland zu gehen. Welche Rolle das für die Romanistik oder für die Anglistik und Amerikanistik spielt, brauche ich, glaube ich, nicht zu sagen. Aber es wird so sein, dass wir Ihnen das ermöglichen wollen und können mit insgesamt 60 Erasmus-Partnerschaften, die die TU Dresden pflegt. Die lese ich Ihnen jetzt nicht alle vor. Nur seien Sie bitte gewiss, dass Sie, egal welches Fach und für welche Philologie Sie sich entscheiden, es ausreichend Anknüpfungspunkte gibt weltweit, sodass Sie auch Ihr Studium an einem anderen Platz und einem anderen Ort fortsetzen können, um dann wieder nach Dresden zurückzukommen eventuell oder das eben auch bleiben zu lassen. Mich würde es freuen, wenn Sie ausgehen und wieder zurückkommen. Aber ich will vielleicht zwei Punkte hervorheben, weil es in der Liste ein wenig sonst untergeht. Darauf will ich gleich noch zurückkommen. Ist vielleicht für die Romanistik eher Italianistik oder Französistik? Französisch? Beide? Italien? Ja. Schauen Sie mal auf Trento ganz kurz. Da haben wir eine sehr tolle Kooperation von einer lieben Kollegin Maria Lieber, die alles dafür tut, so viele Studierende wie möglich finanziell versorgt nach Italien zu schicken. Da sage ich aber gleich noch was dazu. Also wenn Sie das mögen, sind Sie, glaube ich, an der richtigen Stelle. Und es gibt auch einen Doppelstudiengang zwischen Dresden und Trento. Das genau ist nämlich der Punkt. Also das Italienzentrum von Maria Liebe. Wir haben gestern sehr herzlich auf der Chamisso-Preisverleihung in Hallerau miteinander gelacht. Und ich soll Sie auch sehr lieb grüßen und deswegen extra darauf hinweisen, dass das Italienzentrum seine Arbeit gern mit Ihnen aufnehmen würde. Hinweisen muss ich, glaube ich, darauf, dass es nicht nur einen Austausch gibt, einen kulturellen Austausch. In der Stadt Dresden liegt es irgendwie auch nahe, sondern dass es auch diesen Studienplatzaustausch mit Trento gibt, sodass Sie da sehr bequem Ihre Studien fortsetzen können und theoretisch sogar in Trento-Germalistik studieren könnten. Das sage ich aber ein bisschen leise, denn natürlich sollen Sie Italienisch lernen und Italienisch verbessern. Das Zweite, auf das ich Sie hinweisen will, also das ist ein Zentrum, das an unserer Fakultät angesiedelt ist. Das Zweite, auf was ich Sie hinweisen will, ist das Zentrum für Zentrum Frankreich-Frankophonie von meiner Kollegin Roswitha Böhm, der Studiendekanen, die Sie in Prüfungsangelegenheiten kümmern. Das ist jetzt erst feierlich eröffnet worden. Das heißt, wenn Sie französisch in Dresden studieren wollen, kommen Sie gerade zur rechten Zeit. Das Mitteleuropazentrum, das sich vor allen Dingen für den Kontakt in Mittel- und Osteuropa bemüht, wird im Moment umstrukturiert. Deswegen zeige ich Ihnen das jetzt nicht explizit. Aber wir hätten noch das Dritte im Moment, das sogenannte Mitteleuropazentrum, was sich vor allen Dingen um den Austausch mit Osteuropa bemüht. Aber das ist vielleicht schon erst mal ein erster Eindruck, wie man, also stimmt, ist es falsch, ist nicht italienisch, sondern französisch. Also ignorieren Sie den Fehler, bitte korrigiere ich noch. So, zu Ihren Studiengängen. Vielleicht ganz kurz nur so viel, das Studium ist im Wesentlichen, wenn die Fachstudiengänge sind, im Wesentlichen zweigeteilt. Das heißt, Sie beginnen zunächst mit dem Bachelorstudium für sechs Semester und darauf baut ein Masterstudiengang auf. Das, was ich Ihnen heute über den Masterstudiengang sagen werde, hat nicht mehr sehr lange Bestand. Denn wir reformieren im Moment die Masterstudiengänge. Das heißt, für diejenigen, die in den Bachelorstudiengang jetzt überlegen, sich einzuschreiben, wird schon ein neuer Master gebaut. Und diejenigen, die sich in den Master einschreiben, denen würde ich empfehlen, sehr stark die Augen aufzuhalten, ob sie nicht die Gelegenheit nutzen, dann bei Zeiten auch in einen neuen Master zu wechseln. Der startet allerdings erst im Wintersemester 2020. Also das ist im nächsten Jahr. Ja, zu den Sprachliteraturwissenschaften im Bachelorstudium ist es so, dass Sie zwei Hauptfächer wählen. Und diese zwei Hauptfächer können Sie entweder aus unserer Fakultät wählen oder aus einer Nachbarfakultät. Wahrscheinlich wird es dann die Philosophische Fakultät sein, so wie bei Ihnen. Und wir haben eine erste Fächergruppe mit Anglistik und Amerikanistik, Germanistik, Klassische Philosophie, Romanistik und Slawistik. Und eine zweite Fächergruppe Evangelische Theologie, Geschichte, Katholische Theologie, Kunstgeschichte und Philosophie. Auf diesem Bachelorstudiengang, in dem Bachelorstudiengang werden Sie zu gleichen Teilen in Literaturwissenschaft und Sprachwissenschaft ausgebildet. Und vor allen Dingen haben Sie dann die Möglichkeit, das ist das längerfristige Ziel, sich in Dresden ab 2020 im Masterstudiengang entweder Literatur- und kulturwissenschaftlich oder sprachwissenschaftlich weiterzuentwickeln. Kann ich heute noch nicht so viel dazu sagen. Das wäre dann beim nächsten Studientag die rechte Zeit. So, die Masterstudiengänge, davon haben wir insgesamt an der Fakultät zwei, nämlich den Masterstudiengang Sprachliteratur und Kulturwissenschaften und den sogenannten Masterstudiengang Europäische Sprachen. Das sind Studiengänge, die auf die Bachelorstudiengänge aufbauen. Sie sehen wiederum in den Bereichen, die ich schon genannt hatte. Und daneben bilden wir in den Lehramtsfächern aus, die diesen Instituten zugeordnet sind, also Deutsch, Französisch, Italienisch, Englisch, Russisch und Latein. Da aber keine Lehramtsstudierenden mehr hier sind im Moment, die hat das ZLSB gerade vorher alle durchbehandelt, werde ich jetzt darauf kein starkes Augenmerk mehr richten, wenn Ihnen das recht ist. Das Ganze, was jetzt kommt, wird sehr trocken. Denn ich werde Ihnen jetzt nach und nach vorstellen, wie die Studiengänge sich aufbauen. Wenn Sie Fragen haben dazu, wenn Sie was anderes interessiert, signalisieren Sie mir das bitte. Aber ich kann über Ihre Erwartungshaltung nur mutmaßen, kann Sie nicht erraten. Also das heißt bitte, antworten Sie. Stellen Sie mir Fragen. So, vielleicht ganz kurz. Der Bachelorstudiengang an der SLK, so wie er sich im Moment darstellt. Es ist so, dass Sie zwei Fächer studieren. Das sehen Sie mit den angegebenen Credits. Und daneben gibt es einen sogenannten Bereich der allgemeinen Qualifikation. Und in diesem allgemeinen Qualifikationsbereich können Sie Fremdsprachen werben, andere Basiskompetenzen, die Sie benötigen, um methodisch zu arbeiten, also zum Beispiel im wissenschaftlichen Arbeiten. Darüber werden Auslandsaufenthalte organisiert und Praktika. Und in den Kernbereichen steht ein sprachwissenschaftlich, literaturwissenschaftlich und kulturwissenschaftliches Studium, das Sie in den von Ihnen gewählten Sprachen fit macht. Und zwar wofür? Bestenfalls für ein Masterstudium, das Sie entweder in Dresden oder an einer anderen Universität aufnehmen können. Und Sie sehen auch, dass Sie in diesem zweiten Teilfach die schon angesprochenen zweiten Fächer aus der Philosophischen Fakultät mit unseren Fächern kombinieren können. Daneben sehen Sie den Abschluss. Der Abschluss des Bachelorstudiums wird in der Regel über eine wissenschaftliche Arbeit geleistet, nämlich die sogenannte Bachelorarbeit. Hier die Abkürzung CP für Credit Points gibt ungefähr den Umfang des Leistungsumfangs an, den Sie für diese Leistung erbringen müssen. Die wird in der Bachelorreform, die wir im Moment planen, ein wenig angehoben. Und insgesamt wird diese Fachlösung mit der Philosophischen Fakultät etwas angepasst, sodass wir nicht so eine ungeraden Punktzahl haben. Kein Mensch kann sich 76, 26 und dann haben wir da noch 8 und 2 und 3, sodass man leichter und transparenter das nachvollziehen kann. Gibt es dazu erstmal von Ihnen Fragen? Nee, oder? Eine schöne Strukturübersicht kann man mit leben. Dann zum Masterstudiengang in der SLK. Hier sehen Sie, es ändert sich relativ wenig, aber Sie konzentrieren sich freiwillig, spezialisieren sich auf den Bereich unserer Fakultäten, also Sprach, Literatur und Kulturwissenschaften, können noch einen kleineren Ergänzungsbereich dazu wählen und die Masterarbeit ist dann auch stärker gewichtet mit entsprechenden Leistungspunkten. An dieser Struktur wird sich grundsätzlich nichts ändern, auch nach der Reform nicht, sodass man das mehr oder weniger in das zweite, auch in die reformierten Masterstudiengänge, selbst wenn Sie jetzt ein Masterstudium aufnehmen, hineinwachsen können. Gibt es dazu Fragen von Ihnen? Auch nicht, oder? Okay. Das ist schön bunt, vor allen Dingen. Das gibt im Moment den Masterstudiengang Europäische Sprachen wieder. Für diejenigen, Masterstudierende oder Interessen für ein Masterstudium, wer war denn das von Ihnen? Ja? Okay. Wissen Sie schon, in welche Richtung Sie gehen wollen eventuell? Nee? Gar nicht? Also eher Sprach- und Literaturwissenschaften oder eher Literaturwissenschaften oder eher Sprachwissenschaften? Eher Literaturwissenschaften. Dann trifft es für Sie nicht unbedingt zu. Also insofern kann ich jetzt das ganz ungeschützt sagen, was ich jetzt sagen muss. Also der Masterstudiengang Europäische Sprachen befähigt Sie vor allen Dingen, oder sagen wir mal so, bringt Sie dazu im Moment, vor allen Dingen romanische und slavische Sprachen zu lernen. Sie kommen an mit einem relativ hohen Niveau Deutsch-Englisch und erweitern diese Kompetenz noch um zwei zusätzliche Sprachen und werden basislinguistisch ausgebildet, sodass Sie zum Beispiel im Bereich der Unternehmenskommunikation, im Tourismus und so weiter arbeiten können, ist aber hauptsächlich linguistisch ausgerichtet. Der literaturwissenschaftliche Studiengang ist da davor und was wir im Moment machen werden, ist, dass wir diese Masterstudiengänge reformieren. Ich sage Ihnen jetzt ganz kurz, in welche Richtung. Weil das möglicherweise, wenn Sie den literaturwissenschaftlichen Studiengang aufnehmen, jetzt ins Masterstudium gehen, in einem Jahr überlegen, ob Sie sich nicht vielleicht umschreiben. Das ist nicht so ganz irrelevant und ich möchte die Informationen nicht vor Ihnen zurückhalten, weil es nicht sehr fair wäre, Sie jetzt in den Masterstudiengang zu schicken und Ihnen das nicht zu sagen. Also, wenn Sie eher Literatur- und Kulturwissenschaft studieren wollen, schneiden wir Ihnen einen Master zurecht, der sich nur um Literatur- und Kulturwissenschaft kümmern wird. Und daneben werden alle linguistischen und sprachwissenschaftlichen Studienangebote in den Masterstudiengang EUROS, also europäische Sprache, integriert und zwar mit einer Zwei-Track-Lösung. Nämlich der einen, die den bisherigen europäischen Sprachemaster fortsetzt, wo es heißt, lernen Sie bitte sehr viele Sprachen und kommen Sie mit einem linguistischen Basis-Know-how aus, um zum Beispiel in eine Beratung zu gehen, in den Tourismus zu gehen oder zum Beispiel, wenn Sie Kunstgeschichte im Bachelor hatten, zu sagen, ich würde gerne an einen Bildungsvermittler der Dresden-Konzeptpartner, also zum Beispiel die staatlichen Kunstsammlungen in Dresden, herangehen. Das wäre so ein ganz typisches Berufsbild. Und wenn Sie sagen, Literatur- und Kulturwissenschaften, das ist meins, das will ich gern. Dann ist es so, dass Sie in dem neu ausgebildeten Masterstudiengang Literatur und Kultur im gesellschaftlichen Wandel ideale Anknüpfungspunkte haben. Und das heißt, die Leistungen, die Sie jetzt erwerben, ab dem Wintersemester 2019, schon mit der Brille dafür erwerben, dass Sie möglicherweise in den neuen Masterstudiengang wechseln. Müssen Sie nicht. Sie können gern das nach dem Prozess so weitermachen, wie es bis jetzt ist. Ich möchte es Ihnen nur sagen, wenn Sie dazu Fragen haben, würde ich Sie bitten, wenn Sie sich an mich wenden und mir schreiben. Oder ja, das wäre mir persönlich wichtig. Gut. Und für die Bachelorstudiengänge würde es so sein, dass wir die Teilfachlösungen ein bisschen besser und transparenter strukturieren, wird sich aber im Wesentlichen für Sie nichts daran ändern an Ihrem Studium. Also das heißt, da wird es keine großen Veränderungen geben, ob Sie im Bereich der Angelistik sind oder im Bereich der Romanistik, ist dann eigentlich egal, sodass Sie da keine Nachteile zu befürchten haben. Okay. Gibt es dazu Fragen von Ihnen? Was werden Sie hier überhaupt, wenn Sie das studieren? Der eine Weg ist, den Sie gehen können, ist der in die Wissenschaft. Der ist für sehr wenige überhaupt nur offen. Und der Punkt ist, das ist möglicherweise auch nicht Ihr primäres Ziel. Also vielleicht wollen die wenigsten von Ihnen überhaupt eine wissenschaftliche Karriere anstreben. Deswegen müsste man sich zunächst erstmal darüber unterhalten, welche Kompetenzen Sie erwerben. Unser Ziel ist es, dass wir Sie zu Studierenden machen, die im Wesentlichen Sprachliteratur und kulturwissenschaftliches Überblickswissen haben. Das dürfte Sie jetzt nicht verwundern. Das Nächste aber, dass wir danach schauen, dass Sie, wenn Sie sich mit einer spezifischen Kulturregion, also wenn Sie sich zum Beispiel mit Italien auseinandersetzen oder dem angloamerikanischen Raum, wüssten Sie jetzt schon, was Sie am meisten interessiert? Wollen Sie auf die Insel oder auf den anderen Kontinent? Und, der südlich oder nördlich des Äquators liegt? Okay. Also schauen Sie mal, in welche Richtung sich das entwickelt. Aber dass Sie jedenfalls auch die Möglichkeit haben, über einen bestimmten Kulturraum Basiswissen, Detailwissen sich anzueignen, so dass man möglicherweise auch Räume beschreiben kann, in denen zwei Welten aufeinanderprallen, so wie Kanada. Daneben ist es so, dass mit diesem regionalsprachlichen oder mit diesem regionalspezifischen Detailwissen Sie auch, das ist eigentlich eines unserer Ziele, interkulturelle Kompetenzen erwerben. Das heißt, sich auch im interkulturellen Bereich gut bewegen können. Wir haben auch ein sehr breites Darfdatz-Angebot, so dass man möglicherweise auch als Deutschlehrer im Ausland arbeiten kann. Also achten Sie bitte darauf, ob Sie da entsprechende Zertifikate erwerben wollen. Es geht weiter um fremdsprachliche Kompetenz und Methodenkompetenz, Analysekompetenz und Teamfähigkeit. Auch hier nochmal die Kollaboration und Digitalisierung. Das ist kein leeres Wort bei uns, sondern es geht tatsächlich um die Entwicklung und den Aufbau von Teamfähigkeit. Tatsächlich sollen Sie nach dem Studium befähigt sein, sich komplexe Gegenstände und Zusammenhänge zu erarbeiten auf der Basis von spezifischen Methoden und Analysekompetenzen. Und schlussendlich sollten Sie Kommunikations- und Präsentationskompetenzen mitbringen. Also sich vor Publikum zu verkaufen. Also Ihre Ideen, ja nicht sich selbst. Gut, das ist im Wesentlichen der Bereich, in dem Sie möglicherweise später arbeiten wollen. Also viele unserer Absolventen gehen in den Bereich des Journalismus oder in das Verlagswesen. Auch da gibt es in den nächsten Jahren massive Umbrüche, die sich jetzt schon sehr, sehr deutlich abzeichnen. Der Traum, irgendwie in einem Verlag als Lektor oder Lektorin zu arbeiten, bitte hängen Sie den nicht ganz so hoch an. Die Stellen werden knapp und knapper. Und es ist zu erwarten, dass in vier, fünf Jahren das Lektoratswesen, glaube ich, auf sehr schmalen Beinen steht. Also überlegen Sie gut, ob Sie in den Bereich gehen wollen. In der Unternehmenskommunikation oder in die Unternehmenskommunikation haben wir sehr gute Kontakte, auch aus dem Bereich der angewandten Linguistik, Politikberatung, das machen wir gerade. Kultur und Eventmanagement, Kreativwirtschaft, das klingt immer sehr freundlich. Aber das heißt, es werden in der Marketingbranche immer Texter gesucht. Ich füge hier mal noch hinten an, dass wir im Moment in einer Zeit leben, in der zum Beispiel Themen wie barrierefreie Kommunikation und vor allen Dingen auch die Öffnung gegenüber Menschen, die des Deutschen nicht so gut mächtig sind, weil sie von außen nach Deutschland kommen. Das heißt, dass wir einen sehr hohen Aufwand haben werden, um uns mit Menschen auseinanderzusetzen, die unsere Sprache noch nicht sprechen und ihnen den öffentlichen Zugang wesentlich erleichtern dadurch, dass wir barrierefrei kommunizieren. Wissenschaftsmanagement, das ist sehr speziell, Public Relations, Erwachsenenbildung und überhaupt generell im Bildungssektor. Das Wichtigste aber ist, dass Sie das Studium als Zeit nutzen, die Sie noch vor dem Arbeitsmarkt schützt. Das heißt, Sie haben bestenfalls im Bachelorstudium und im Masterstudium die Zeit, sich zu entfalten. also die Gelegenheit zu haben, die Ruhe zu haben, sich selbst weiterzuentwickeln. Und das ist eigentlich das Entscheidende. Sie werden hier Denktraditionen einüben, Sie werden sich in bestimmte Denkstrukturen einüben. Das, was wir hier gerade machen, ist ein ganz typisches Ritual für die Präsentationsformen und Vermittlung von Wissen. Der Punkt ist, Sie werden nach dem Studium bestenfalls ein anderer Mensch sein, weil Sie sehr lange in einem abgeschlossenen Bildungssystem gelebt haben und hoffentlich auch die Werte und Vorstellungen einer gemeinsamen Universität teilen. Also das heißt, einer Gemeinschaft von Menschen, die sich zusammenschließt, um Wissen zu schaffen. Ich bin, also für mich ist es zu sagen können, dass das für Sie eine besondere Zeit gewesen ist. Deswegen hier die individuelle Profilierung, das klingt sehr technisch, werden Sie einfach gute Menschen. Das ist unser Anliegen. Abschließend mit dem Blick auf die Uhr möchte ich Sie hinweisen auf die lange Nacht der Wissenschaften am 14.06. Auch hier noch mit einzelnen Vorträgen von Kolleginnen und Kollegen aus unserem Bereich und aus unserer Fakultät. Nutzen Sie die Angebote, die Ihnen da zur Verfügung gestellt werden. Es gibt ein sehr schönes kleines Format, das nennt sich Lightning Talks, das Sie immer in fünf Minuten präsentieren, da vor allen Dingen Nachwuchswissenschaftlerinnen ihre Arbeiten und die sind Ihnen lebensbiografisch sehr viel näher als ich. Ja, also ich bin ein bisschen älter. Das heißt aber, dass Sie sehen, dass die Brücke und die Lücke nicht groß werden muss, wenn man gemeinsam Dinge organisiert. Und ganz zum Schluss möchte ich Sie noch hinweisen auf unsere Informationsstände, die Sie vielleicht schon gesehen haben. Die sind hier auf dem Unigelände im Hörsaalzentrum an der Bergstraße, im Foyer. Die Germanistik ist jetzt leider durch, aber Sie haben noch die Möglichkeit, sich für die Romanistik zu informieren und vor allen Dingen für die Anglistik und Amerikanistik, wenn Sie die Beine in die Hand nehmen. Gut, wenn Sie jetzt keine Fragen mehr haben oder ich danke Ihnen erst mal für die Aufmerksamkeit und haben Sie sonst noch Fragen? Ja, die kommen. Keine Sorge. Also dann wünsche ich Ihnen ein schönes Wochenende und es hat mich gefreut, dass Sie da waren und möglicherweise sehe ich den einen oder anderen von Ihnen in naher Zukunft in der SLK. Das würde mich sehr freuen. Bis dahin eine schöne Zeit noch. Und dann wünsche ich Ihnen